Hallo Menschen und herzlich willkommen zurück zu Alice, die Meerjungfrau und Alice Madness Returns. Willkommen zurück in Kapitel 2. Das Skript vom Oktopus wird's tun, vielen Dank auch an diesen Seifer. Aber du musst doch für den Melo-Getöse-Show Musik sorgen und unsere wohlschmeckenden, geschmackvollen Künstler einsammeln, meint der Zimmermann. Gut, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich hier. Okay, Warpalklinge. So, ich muss doch hier, ach da, hier ging's hoch. So, dann wollen wir mal, hopp, wunderbar. Dann hier einmal, hi! Und immer noch, oh Gott, vor allem von der Seite. Jetzt sieht man zum ersten Mal, äh, wie kräftig, äh, oder, ja, wie kurvenreich Alice ist. Aber allerdings nicht um die Beine, da könnt ihr ruhig doch ein bisschen mehr Masse annehmen. Gut, das hat sich jetzt verschlossen. Dann war, glaube ich, Higgs, Higgs. Ah! So. Nehmen wir doch hier unser Kampfsteckenpferd. Das sieht echt aus wie in einem verschmutzten Aquarium. Und da muss ich jetzt wirklich hier, ja, ich muss, hopp. Hi, hi! Hoppa! Hi, hi! Und geschafft. Soweit so gut jetzt. Hi! Hoi! Lalalalala! Perfekt. Higgs, wo muss ich jetzt hin? Ach! Ja. So. So. Wo waren die Schweineschnauze? Da habe ich doch gehört. Hm. Hoppa! Jetzt. Da, schon wieder. Ach, da oben! Ha! Und gepfeffert wird. Ah, wunderbar. Dann wollen wir mal. Hi! 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 Wunderbar. Gibt es hier noch was? Anscheinend nicht. Oh! Oh! Ah, na, na. Das war knapp. Hä? Okay. Dann hier noch. Und jetzt? Könnte ich auch gleich so. Hoi! Boah, das war knapp. Da geht's in Geheimnis. Nehme ich doch gleich mal hier mit. In der Hoffnung, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber das führt zu einem Schlüsselloch hier. Hopp. Wo bin ich denn jetzt? Aha! Ach du Scheiße! Auch noch Backsteinhaus! Und wenn ich mich recht entsinne, oder richtig erinnere, Backstein! Ich mein, Backstein, das wird verdammt kochend heiß! Also viele sagen immer, Hörstein kann nicht brennen, ha! Das soll sich mal Backste... Das soll auf keinen Fall in einem Backsteinhaus wohnen. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich mich richtig entsinne. Wenn! Ich weiß nicht, irgendeine Steineart vielleicht doch... Vielleicht Backstein. Aber ich bin mir grad echt nicht mehr sicher. Oh, Fraps. Äh... Kann verdammt höllisch brennen. Oder was heißt höllisch brennen? Na, 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 na. So, und... Bounce! Jetzt noch du. Und... Bounce! Bounce! Au! So, erstmal die für Fall. Attackieren. Perfekt. So. Und eins, zwei und drei. Au. Das hat gesessen. Den Star! Den Star! Dort lang. Hicks. Oh. Oh. Eine Küste und... Okay. Och, nö. Wenn ich's nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zum Muschelkalk. Sammle die vier Blöcke in der Umgebung ein, um das Puzzle zu starten. Aha. Schiebe die Puzzleteile so auf das Spielbrett, dass sich ein Bild ergibt. Aha. Du musst... Moment, das musst du allerdings mit deiner Begritza von... Oh Gott, sowas hasse ich. Grinzelkatze! Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Ja, mir auch. Ich brauche das Plakat jetzt. Ja, halt die Klappe. Ich helfe dir ja mit dem Plakat. Aber ich muss auch die Umgebung absuchen. Wie jetzt hier zum Beispiel. So. Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. Ja, ich helfe dir. Ich muss ja erstmal die Teile hier finden. Alter Schwede, in fünf Zügen muss ich das Plakat... ...hinbekommen. Glaube ich. Keine Ahnung. Und... So. Hm. Was? Nein! Nicht du! Du! Au! Au! Ich hasse die Fische. Jawohl, jawohl, ja. Nein! Das war Lebensenergie holen. Scheiße. Nehmen Sie Energie. So, jetzt hoch. Und jetzt den Krebs hier. Entkrebsen. Na komm. Na komm. Na komm. Zack. Ja, ja. Ja. Komm. Au. Ja. Ich habe den Krebs besiegt. So, dahin wartet noch eine Überraschung auf mich. Ein Goldzahn. Ein lausiger Goldzahn. Hey, die Aktion hier war mindestens zwei bis drei Goldzähne wert. Schnell, bevor die Show beginnt. Oh ja. Ja. Das ist gerade mal das dritte Teil. Ich muss noch das vierte Teil einsammeln. Wo auch immer es sein mag. Da oben habe ich ja noch nicht nachgeschaut. Hier muss ich noch, glaube ich, lang. So. Oh. Moment. Ah, eine Erinnerung. Aber erstmal Lebensenergie wieder voll. Vervollständigen. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommen wird. Schöne Scheiße. Fix. Ah, das war knapp. Jetzt hier drauf. Hier hoch. Hier durch. Crashen. Und? Halte Sorgen und Qualen auf Distanz. Da kannst du sie leichter vergessen. Hm. Lass ich mich mal nach oben treiben. Und dann dort hoch. Da gehe ich mal jetzt noch nicht lang. Nein. Es war so knapp. Aha. Ich bin gespannt. Ach du Scheiße. Kacke. Aber ich habe es geschafft. Schnell. Sie können jeden Moment hier sein. Endlich. Das Puzzle. Wie funktioniert das? Wo gehören diese Teile hin? Okay. Ich habe also... Mal gucken. Erstmal. Hä? Ich habe 24 Züge, aber... Oder man sieht das... Aha. Wie mache ich das jetzt? Nee. Nee. Das ist ja nur so. Hm. Also weder noch mit STRG. Nein. Alt. Nein. Enter. Nein. Also ich kann hier nur so auswählen. Okay. Also ich kann hier nur so auswählen. Ich kann hier nur so auswählen. Ich kann hier nur so auswählen. Vielen Dank.